Hallo, ich bin Hector und mache die Lehre als Konstrukteur bei Siemens und darf heute meinen Alltag zeigen. Doch zuerst gibt es eine Runde im Sport. Kommt doch mit! Das Fitness der Siemens ist für Lernende und Mitarbeiter gratis. Eine gute Abwechslung, wenn man den ganzen Tag sitzt. Als Konstrukteur begleite ich die Entwicklung eines Produkts von A bis Z. Vom Konzept zum Design, Prototyp und der Zertifizierung bis hin zur Übergabe an die Produktion. Typische Aufgaben sind das Skizzieren von neuen Ideen auf dem Grafiktablet und das Zeichnen und das Konstruieren im CAD. Am meisten arbeite ich im CAD-Programm. Hier erstelle ich technische Zeichnungen, die für die Produktion der jeweiligen Einzelteile wichtig sind. Dazu gehört auch das Erstellen von Prototypen mit den neuesten Technologien wie 3D-Drucken oder Laserschneiden. Ich erstelle auch Animationen, um das Marketing-Team bei neuen Werbekampagnen zu unterstützen. Der Beruf Konstrukteur bietet mir eine breite technische Ausbildung, die eine gute Basis für weiterführende Schulen ist. Was mir besonders gefällt, ist die Abwechslung zwischen Teamarbeit und Einzelarbeit. Je nach Projektphase. Bei Fragen kann ich mich ungeniert an meinen Praxisausbildner wenden. Im Team haben wir ein kollegiales Arbeitsverhältnis und zwischendurch hat es immer Platz für ein Spässchen. Bei der Siemens profitiere ich von einem modernen Arbeitsplatz und bester Infrastruktur. Besonders cool finde ich, dass ich so flexible Arbeitszeiten habe und in allen Bereichen so gut unterstützt werde. In der Schule, in der betrieblichen Ausbildung wie auch in der Berufsmaturität. Hat dir meinen Einblick gefallen und hast auch du Lust auf eine coole Lehre als Konstrukteur bei der Siemens? Dann bewirr ab du dich heute noch.